Ja, Herr Mayer, herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für unser kleines Interview für die IPM-Zeitung. Unsere Fragen an Sie wären, was die IPM für Sie bedeutet. Für uns ist die IPM die perfekte Auftragsveranstaltung für unser 200-jähriges Firmenjubiläum, das wir mit vielen Aktionen begleiten werden. Und der ganze Erfolg der 200 Jahre basiert natürlich mit unserem tollen Mitarbeiterteam und, na klar, unseren Kunden. Ja, genau. Sie haben schon erwähnt, 200 Jahre Jubiläum feiern Sie hier auf der IPM. Was war dieses Jahr so Ihr Highlight, was Sie mit nach Hause nehmen, wo Sie wirklich zufrieden mit waren? Das war definitiv unsere Hau den Lukas Station in der Galeria. Alles klar. Okay, dann bedanke ich mich recht herzlich und wünsche Ihnen noch erfolgreiche Tage hier auf der IPM und dann sehen wir uns im nächsten Jahr. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.